Achtung, Achtung, jetzt wird's wieder heiß und fertig. Eigentlich wollte ich heute was anderes machen und zwar wollte ich eigentlich ein Kindersegel-Intro-Raten machen. Hab das Video auch aufgenommen, hochgeladen und beim Hochladen wurde es dann direkt für Deutschland, Österreich und die Schweiz gesperrt. Weil Copyright, ich frag mich wie der Typ das dann hochgeladen hat, ohne dass es Copyright war. Aber okay, davon mal abgesehen, machen wir heute ein Länder-nach-Emoji-Quiz. Sprich, wir müssen anhand der Emojis erraten, was für Länder das hier sind. Ein paar kennt man natürlich, ein paar eher nicht. Ich sehe schon Deutschland, Frankreich, Italien, all sowas. Wir gehen rein, würde ich sagen, und starten. Frankreich ist das erste, Italien, England, Großbritannien. genannt, Vereinigtes Königreich, Japan, ähm, Australien, wo kann das sein? Island? Oh, ist das Island? Was ist das für ein Land? Cricket, äh, Pakistan? Nein. Indien? Ja, Indien, okay. Kiwi, Neuseeland. Fußball, Italien, Brasilien vielleicht? Ja, das ist Deutschland, glaube ich. Da habe ich mit Neuseeland gerechnet. Wie heißt denn das Ding? Papua, Neuseeland. Osterinseln. Oh, wo sind denn die? Ich google mal kurz, wo die Osterinseln sind. Okay, Google. Osterinseln. Chile. USA. Geld. Cayman Islands. Nein. Schweiz. Hat doch nichts. Monaco. Monaco. Das ist Kanada. Irland. Österreich. Puh. Koala-Bären und Firmen. Äh, Pandas sind das natürlich. Wo kann das sein? Das danach wird die Schweiz sein. Das ist safe eigentlich. Aber wo kann das sein? Australien hatten wir ja schon. Wo kommen denn, wo sind denn Panda-Bären zu Hause? Südafrika. Was ist das hier überhaupt für ein Emoji? Cooked Rice. Ja, Panda hatten wir auch schon. Das hier ist doch der Panda, oder? Panda-Face. Woher kommen Pandas? Pandas. Oh, Panda. Großer Panda. Aus Städtium. Geil. Ich habe keine Ahnung. Kann man sich einen Tipp holen? Nein. Okay. Puh. Freunde, woher könnten Pandas kommen? Puh. 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 Woher können Pandas kommen? Ich weiß das. Das ist Mexiko. Das ist Schweiz. Das ist Holland. Also Niederlande. Und das habe ich keine Ahnung. Und das habe ich keine Ahnung. Pandas, ey. Keine Ahnung, woher Pandas kommen. Madagascar. Und was hat das auch mit Firmen zu tun? Da ist ja ein Firmengebäude mit so Rauch. Alter. Was kann das sein? Ich war so gut. Ich weiß alle bis auf zwei. Das und das weiß ich nicht. Ah, warte. Ah, fuck. Niederlande. Niederlande. Schweiz. Mexiko. Okay. Puh. Habe ich nochmal schnell ausgepackt. Das weiß ich nicht. Irgendwas Phantom der Oper. China. Oh Gott. Und Griechenland. Okay. Ich wäre hier nie auf China gekommen. Ganz ehrlich. Okay, Reis. Hätte mich vielleicht dahin treiben können. Aber Pandas, China, hätte ich jetzt nicht miteinander verknüpft. Freunde, wenn es euch trotzdem gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr nichts verpassen wollt, ein Abo. Schaut auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Bis dahin not rein. Ciao.